Willkommen zurück bei Endurell, der Total Conversion Mod zu Skyrim. Wunderbar, wir sind hier in Flussheim angekommen in der letzten Zeit. Haben schon eine erste Quest erledigt. Und müssen nun schauen, wie geht's weiter. So, da ist der Hof, da können wir für Laupenn. Wie geht's uns eigentlich? Ah, wir haben hier, ich muss mich erst kurz, ich muss kurz wieder reinschauen. Ja, hier haben wir das ganze Zeug, genau. Ach, dafür brauche ich ja einen Lehrlingspunkt. Lehrlingsbuch parieren. Warte mal, hab ich noch... Ah, verbrauche ich die jetzt? Wie viele Lernpunkte habe ich? 21. 21 Lernpunkte. Parieren. Brauche ich später... Ja, ich könnte noch Rhetorik... Muss ich mal gucken, wo ich das kriege, ne? Am besten finden, weil... Kaufen? Nee. Ich muss ein bisschen mit dem Geld haushalten. Aber die zwei Lernpunkte, die kann ich verbrauchen. So, zack, weg damit. Einmal ein bisschen Platz im Inventar. Hier sonst noch irgendwas, was weg kann. Das muss ich eigentlich lernen. Ach hier, Zauberbücher. Die kosten ja nix, ne? Die kann ich einfach so lernen. So, Zauberbuch. Zauberbuch. Dies und dies kenne ich schon. Das heißt, ich kann die verkaufen. Verschlimmert Arkanistenfieber. Aha. Gut. Am, 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 am. Machen wir jetzt. So. Wo ist mein? Hier. So. Fremde Horizonte. Genau. Wissen über Android sammeln. Das machen wir nebenbei. Den Bürgermeister. Genau. Den suchen wir noch auf. Ach ja. Das Schönheitselixier. Mhm. Äh. Ach genau. Der Kopfjägerauftrag. und Jasper erzählen. Das heißt, ähm, was machen wir denn mal? Komm, wir suchen mal hier. Wo ist denn das? Da. In die Richtung. Dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Schauen wir mal. Ach, herrlich. Richtung Ark müssen wir gehen. Wo hat der sich denn versteckt? Hier. Miradenturm. Den wollte ich mir erstmal angucken. Warte mal. Da gehen wir mal hin. Wo komme ich denn da hin? Gehen wir mal hier rum. Wursch. Mit Wursch rede ich später. Der Miradenturm ist in die Richtung. Wie komme ich denn da hin? Da muss doch eigentlich auch einen Weg hinführen, oder? Wuppa. Wir gehen hier rum. Wir gehen mal hier rum. Kann man das mitnehmen? Nehmen wir mal mit. So. Guten Tag, Herr Wachmann. Ähm. Dann, 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 dann. Ja. Können wir auch hier eben durchschwimmen. Wir schwimmen eben hier rüber. So. Da, 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 da. Und hier ist der Weg. Halt. Was war das? Nichts. Jut. Ein Karnikel. Myradenturm an der Sonnenküste entdeckt. So. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Oh, hier ist ein Bett. Oh, das gehört jemandem. Aha. Okay. Hier ist aber keiner. Was haben wir denn hier oben? Wie ich erfahren habe, ist das hier ein, äh, ein Landeplatz für Flugtiere. Flugtüre? Äh, Flugtüre. Die Tiere ersetzen die Schnellreise. Ah, so, ne? Sich ersetzen, sondern, äh, stellen die Schnellreise dar, hier in Anderoll. Na du, Schloss? Ne. Aber hier ist gerade keiner. Gut, vielleicht muss ich erst alle freischalten, ne? Aber dann haben wir den schon mal freigeschaltet. Und dann können wir uns jetzt darum kümmern, dass wir mal hier, äh, komm, beruhig mal Kopfgeld. Einfach mal so. Vielleicht schaffen wir es ja. Was habe ich eigentlich für Waffen ausgerüstet? Kalte Nacht. Kann man ja mal ausprobieren. Gucken, was der so taugt, ne? Der Zweihänder. So. Ach, die Musik ist schön. Einfach herrlich. So, was haben wir hier? Nichts, nichts. Alles nur Deko. Da geht's zu einer Mine. Stimmt, ich hab ja noch zwei Minen auf der Karte. Da muss ich auch noch rein. Aber das machen wir nach und nach. Erstmal machen wir hier so ein paar Quests, dass wir ein bisschen stärker werden. Ein bisschen aufsteigen und dann schauen wir mal. Ernsthaft, Alter? Wieso hab ich den jetzt schon wieder so eingesteckt? Na toll. So effektiv ist die auch nicht, die Klinge, ne? Ja, dann gehen wir noch mal kurz zurück und schlafen noch mal. So völlig unvorbereiteten Angriff aus dem Hinterhalt. Ich hab den Bär nicht kommen sehen. Das ist doch nervig, dass ich jetzt nicht einfach den Heilzauber äh, äh, feuern kann. Mann. Hm. Gut, das macht das ganze Spiel ein bisschen herausfordernder, aber, ähm, es nervt trotzdem. Ist halt einfach so. Muss man sich halt erst dran gewöhnen. So, wo war denn mein gratis Penn? Gut, da. Wie dann? Drennt dieser Riesenhund hier einfach rum. Ein gratis Penn war da hinten. Okay. Ein Stündgen reicht ja. Und schon ist meine Lebensenergie wieder aufgefrischt. Ach ja. Aber es sieht schön aus. Man kann hier echt einfach so lang laufen. Was sitzt du denn hier rum? So. Mal holen. Darf ich muss mal nur kurz. Danke nochmal, wirklich. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Ja, ja, gerne. Ich lass, ich lass mir mal das Bett aus. So, danke. Tschüßen. Ahoi. Ahoi. Haben wir jetzt Klamotten an? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. War die jetzt angezogen? Macht ja nichts. Gut. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ach ja. Warte mal kurz. Kalte Nacht macht zwölf. Zwölf. Die macht acht. Ich bleib bei der kalten Nacht. Wo ging's denn jetzt lang? Hier. Ein weiter hoch. Direkt gerade durch kann ich nicht, ne? Oder? Einfach mal gucken. Warte mal. Nicht hier rum. Auch cool. Was haben wir denn hier? Aha, Arrestzellen. Aha. Da muss ich später auch mal reingucken. So, erstmal hier durchs Dickicht. Komm ich hier hoch. Äh, doch. Endshaft. So. Ja toll, jetzt geht's nicht weiter. Bei Skyrim, dann konnte man sich hier hochmogeln, ne? Da konnte man sich hier so. Hoch. Oh, doch. Ah. Rambo-Sprung. Rambo-Sprung. Zack. Gut. Ja, ja. So, jetzt müssen wir mal kurz speichern. Weil, jetzt wird's ernst. Jetzt wollen wir nochmal ganz in Ruhe gucken hier. Oder, ob wir hier nicht unseren Bandito finden. Na. Ach, ja. Er hat eine Wachratte. Okay. Weißt du irgendwas nützliches? Rattenhaut. Okay. Ist hier noch irgendwas, bevor ich da reingehe? So. Hier mal bei der Wachratte gucken. Alle Ecken mal abchecken. Jo, jo, jo. Ich bin... Oh. 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 Schade, dass der Quest mit den Mana-Pilz-Sammeln nicht mehr aktiv ist. Das müsste ich eigentlich alle haben, ne? Okay. Hier ist erstmal nichts mehr. Gut. Dann gehen wir mal hier rein, ne? Verschütteter Keller. Da bin ich ja mal gespannt. Speichern nochmal schnell. Und dann gehen wir da mal rein. So. So, mein lieber Freund. Noch in der Wachratte. Ist hier wer? Fäckfels. Das ist ganz schön finster hier. Echt dunkel. Dunkel. Dunkelheit. Okay. Der Typ ist in die Richtung. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Okay. Leise sein. Wieso flüster ich überhaupt? Ah. Kommen wir mal hier. Nein. Warte mal kurz. So. Besser. So viel Zeit muss sein, ne? So viel Zeit muss sein. Hoppala. Hört man ja auch nicht. Kriegt man ja gar nicht mit, wenn man hier so nach irgendeinem sucht. Und man baut erstmal Erz ab. Kann man machen. Kann man machen. Mehr ist hier nicht, ne? Kann man machen. Muss man aber nicht. Hauptsache der ist nicht so stark. Vielleicht sollte ich mal eben speichern. Na. Wo seid ihr denn alle? Ich hoffe der ist alleine. Oh. Wer hat mich entdeckt? Der da? Ne. Ist hier irgendwo eine Ratte, die ich nicht sehe? Jetzt bin ich wieder versteckt. Hä? Guck mich doch direkt an. Na komm. Komm doch her. Ja. Voll angespannt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wo sind die Ratte geflogen? Hä? Hier ist auch nichts mehr. Okay. Weiter. 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 Oh shit. Ja dann komm. Komm doch mal zu mir. Ach echt ey. Ernsthaft. Ich bräuchte ein Schnellwechseldings hier für. Warte mal. Bogen. Warte. Jetzt hätte ich überlegt gerade was. So. So. Dann können wir das so machen. So. Machen wir schnell mal hier. Hä? Verraschen wir was. Warte mal hier. Warte mal hier. Ja. Oh. Oh. Blöde Kuh. Gib mir dein Geld. Gib mir den Pfeil. Was brauchen wir das? Okay. Haltrenke kann ich nicht nehmen. Natürliche Regeneration habe ich auch nicht. Ach, es ist doch alles zum... So. Was sind wir denn da? Nehmen wir mal mit. Wart mal Licht aus. So, hier kann man auch nirgends wo rangen. Halt. Korb brauche ich nicht. Okay. Hm, der ist direkt hinter der Tür, ne? Ne, ist er nicht. In die Tür können wir erstmal reingucken. Ah, shit. Oh, was geht? Nur ein. Oh. Das. Ein. Oh. Was ist das alles? Oh. Mann. Anstrengend. Hast du denn? Gib her. Das brauchen wir alles nicht. Wo ist der andere? Hier. Oh, die Triche. Die nehme ich immer. Pfeile nehme ich auch. Gold, gib mir her. Langbogen. Hat weniger Schaden als meiner. So. Was haben wir hier? Ja, verkaufen. Konsumgut. Was denn hier schön ist? Der verlorene Brigant. Ach, wieder so viel zu lesen. Ein Geruch von Verwesung und Gestank schlug ihm entgegen. Ja, das lese ich später. Den Apfel nehme ich mit. Pfeile auch. Oh. Muss ich kurz schlafen? Komm, schadete. Aha. Okay. Speichern wir kurz. Oh, Lebensenergie ist wieder voll. Oh, das ist ja schön. Okay, weiter zum nächsten Lümmel. Aha, da ist der Schatten. Hä? Auf Sie! Oh, ich dachte, der kommt gerade. Das hier sieht aus, als würde hier einer stehen. Oh, eine verzauberte Rüstung. Oh. Na komm doch. Das war, äh, leichter als ich dachte. Gib mir das mal. Was haben wir denn hier? 24. Ist auch nicht besser als meins. Verdammt. Der hat nichts Besonderes, aber das ist alles was wert, ne? So, ich warte. Komm. Wir räumen den mal aus. So, jetzt können wir hier mal in Ruhe gucken. Ausstellschrank. Was haben wir denn da? Nix drin. Tuch. Tuch. So, erstmal gucken. Was ist das? Verschlissene Robe. Was kann die denn? Verschlissene Robe. Mana regeneriert 10 Punkte schneller. Ach, ja, wenn du auf Magie gehst, dann lohnt sich das. Aber. Rüstung 11. Ja, kann man aber verkaufen. So, pass mal auf. Jetzt verkaufe ich gleich alles. Kochstelle. Kochstelle. Ne. So ein Kochen habe ich nix. Warte mal. Habe ich eigentlich eine Fackel dabei? Es ist so dunkel. Kann man noch viel besser gucken. Oh, da ist noch ein Raum. Ist da noch einer? Nein. Oh, der hier. Verzauerte Handschuhe. Was war denn im Rucksack? Einzelteile. Die nehme ich alle mit. Handschuhe nehme ich auch mit. Was können die denn? Verzauberte Handschuhe. Wo habe ich sie denn jetzt?